Auf den ersten Blick scheint es, als wäre da nichts. Dann kommt der Ball ins Rollen. Bleib am Ball. Es ist da mehr, als du glaubst. Auch rund um die Kirche gibt es auf den ersten Blick vielleicht viel Blabla. Da brauchst du deinen Ballkontakt und eventuell einen Rückpass, damit wir gemeinsam im Spiel bleiben. Geschenke fallen nicht immer vom Himmel, man muss sie auch manchmal selbst entdecken. Was das Leben und die Kirche für dich bereithalten, kannst du nur erkennen, wenn du einen Blick dahinter wirfst. Entdecke für dich, was das Leben dir schenken will. Du wirst überrascht sein. Aber in der Kirche gibt es viele Gründe zum Feiern, so wie für mich deinen Geburtstag. Lass uns das Leben feiern. Für mich wäre es eine Freude, wenn dein Leben gelingt. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Wohin auch immer dein Weg dich führt, sei begleitet. Dein Bischof Wilhelm Grauverschl. 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 Bis zum nächsten Mal.